Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur Folge Nummer 21 zu meinem neu erschienenen Buch Das rätselhafte Gewebe unserer Wirklichkeit und die Grenzen der Physik. Das Buch ist vor anderthalb Monaten ungefähr erschienen und jetzt, nachdem es erschienen ist, wollte ich ein paar Videos machen zu den Schlüsselexperimenten, an denen sich das alles orientiert. Und es geht hier konkret um ein Hauptthema in dem Buch. Es gibt zwei Hauptthemen, das eine ist die Maßschneiderung des Universums und das zweite Thema ist diese immaterielle Komponente im Gewebe der Wirklichkeit. Und immateriell heißt, es ist sowas wie Information und in der unbelebten Natur sollte es nach meiner Auffassung eigentlich keine Information geben. Es gibt sie aber doch und das ist ein bisschen sehr merkwürdig und es widerspricht ein bisschen dieser materiellen Sicht auf die Physik, auf unser Universum, dass unser Universum einfach nur so ein Maschinenuniversum ist. Aber es gibt eben diese immaterielle Komponente. Und jetzt geht es also um Schlüsselexperimente und ich hatte erst mal über das Doppelspaltexperiment berichtet, das war vor zwei Wochen ungefähr. Und jetzt arbeite ich mich in mehreren Videos und das hier ist inzwischen schon das vierte Video, auf vielleicht das entscheidende Schlüsselexperiment hin. Und das ist die sogenannte Quantenteleportation. Ja, es ist ein bisschen spektakulär, dieser Begriff. Also bleiben wir mal bei Quantenteleportation. Und um das zu verstehen, brauchte ich aber doch, wie ich jetzt gemerkt habe, allerhand Anlauf. Und das jetzige Video, also was wir heute machen, das führt uns schon viel dichter heran an diese Quantenteleportation. Und zwar geht es heute um das sogenannte EPR-Paradoxon. Hier ist nochmal diese Inhaltsangabe der Videos nach Erscheinen des Buches. Also hier geht es jetzt nur um diese Schlüsselexperimente zum immateriellen Teil unseres Gewebes der Wirklichkeit. Das ist das Doppelspaltexperiment, das haben wir hinter uns. Und dann drei einführende Videos über die Quantennatur des Elektrons eigentlich. Weil diese Quantenteleportation kann man eigentlich sehr gut an Elektronen oder auch an Photonen machen. Aber die Teilchen, ja, also wenn man das Elektronen verstanden hat, dann ist man schon mal ganz schön weit. Und deswegen muss ich erstmal Drehimpulz, weil diese Teilchen, die drehen sich immer um sich selber. Sie haben einen Spinn und die Drehimpulzquantisierung verstehen. Und dann den Einstein-DeHars-Effekt, das ist ein schönes Experiment. Da kann man zeigen, dass diese Eigendrehung des Elektrons eben wirklich ein Drehimpuls ist, den man auch makroskopisch als Drehung nachweisen kann. Und dann das Stern-Gerlach-Experiment. Da tauchen wir allen Ernstes ein in diese rätselhafte Welt der Quantenphysik. Es gibt eine Richtungsquantisierung des Drehimpulses. Also die Drehachse eines Kreisels kann nicht in alle möglichen Richtungen stehen, sondern nur in ganz bestimmte, sozusagen gerastete Richtungen. Und das ist vollkommen rätselhaft. Ja, aber man kann es in diesem Experiment eben für Elektronen oder auch für andere Teilchen schön nachweisen. Ja, und nachdem wir diese Vorbereitung haben, also Drehimpulsquantisierung, Richtungsquantisierung und so weiter, können wir uns jetzt näher mal mit dieser Quantenteleportation oder sagen wir mal Vorstufen davon beschäftigen. Und der Ausgangspunkt ist das EPR-Paradoxon. Und darum geht es heute. Also heute geht es wirklich in die rätselhafte Welt der Quantenphysik. Zunächst mal nochmal wie immer mein Dank an unsere Unterstützer, hier unser Team, mit dem wir also diese Videos hier machen können. Vielen Dank an euch alle. Ja, ohne euch gäbe es den Kanal nicht mehr. Also man kann hier über PayPal an eine dieser beiden E-Mail-Adressen hier spenden oder auch direkt hier auf dieses Konto einfach eine ganz normale Überweisung machen. Ja, den E-Bahn-Leuten, äh nein, den PayPal-Leuten kann ich immer so eine kleine Nachricht schreiben, weil über PayPal kann man so Kurznachrichten verschicken. Und bei den E-Bahns, da kann ich einfach, also Kontoüberweisung, kann ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank und wir können deswegen hier uns weiterhangeln von Monat zu Monat. So, jetzt geht es also um das EPR-Paradoxon. Und da müssen wir, weil, bevor ich überhaupt mal erkläre, was EPR überhaupt steht, also E steht für Einstein, schon mal gut, ne? Also Einstein ist das Erste und da gibt es noch zwei Forscher. Und das sind eben die Initialen, die ersten Buchstaben des Nachnamens von drei sehr, sehr wichtigen Forschern, die sich ungefähr 1930 mit dieser Vorstufe der Quantenteleportation beschäftigt haben. Aber da müssen wir, also die wollten eigentlich was anderes. Sie wollten, Einstein vor allen Dingen, eigentlich die ganze Quantenphysik, die damals gerade neu entwickelt war, die wollten sie widerlegen. Ja, es hat nicht geklappt, weil die bis heute ja die, die eine der großen Säulen der Physik ist. Aber das war die Idee und es ist ein Gedankenexperiment, weil damals konnte man diese, ja, Hightech-Experimente der Quantenphysik, die konnte man nicht durchführen. Heute kann man sie durchführen und zum Beispiel hat eben einer der Pioniere in diesem Bereich, gerade Quantenteleportation, Anton Zeilinger aus Wien, der hat eben letztes Jahr den Nobelpreis für diese seiner Arbeiten bekommen, mit noch zwei anderen Forschern. Ja, also heute kann man es machen oder in den letzten Jahrzehnten jedenfalls, aber damals war es ein Gedankenexperiment. Ja, und es ging darum, zu beweisen, dass die Unschärferelationen, die ja ein Eckpunkt, eine Kernaussage der Quantenphysik sind, dass die falsch sind. Ja, also nicht richtig falsch, sondern dass sie auf einer, ja, Unwissenheit beruhen und nicht darauf, dass es tatsächlich, dass diese Messgrößen tatsächlich nicht scharf sind, sondern wir wissen es bloß nicht. Wir kennen den Wert nicht. Wir haben, also es ist sozusagen Knick in unserer Optik, den wir haben, aber tatsächlich haben die Teilchen durchaus gleichzeitig einen scharfen Impuls und einen scharfen Ort und da sind wir eigentlich wieder beim Bällchenbild, dass wir uns ein Elektron als kleines Bällchen vorstellen. Das war der Ausgangspunkt. Und das Gedankenexperiment von Einstein und Co., das ist eben sehr schwer zu widerlegen. Also, eine der Kernaussagen der damals neu entwickelten Quantenmechanik war, Ort und Impuls eines Teilchens können nicht gleichzeitig genau, also scharf nennt man das dann, ja, deswegen unschärfere Relationen gemessen werden. Also entweder man weiß den Ort oder den Impuls. Und der Impuls ist sowas wie die Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit kann erstmal verschiedene Größen haben, aber auch in verschiedenen Richtungen zeigen. Ja, das ist die unschärfere Relation. Und ja, die Interpretation ist, wir wissen es einfach nicht, es ist aber tatsächlich scharf. Und die andere Möglichkeit ist, die Teilchen sind Wellen. Und Wellen, eine Welle kann man nicht an einem Ort haben. Eine Welle ist immer ausgedehnt. Und wenn ich sie an einem Ort sozusagen zusammenbringe, dann wird der Impuls unscharf. Und das will ich mal gleich erklären. Also die unschärfere Relation hat was mit dem Wellencharakter der Teilchen zu tun. Das steht hier als Ursache, also als, sagen wir mal, anschauliche Ursache. Dahinter steckt so ein ganzer Apparat von Mathematik. Aber die anschauliche Ursache ist der Wellencharakter der Teilchen. Und dass die Teilchen wie Elektronen zum Beispiel tatsächlich einen Wellencharakter haben, hatte ich in dem Video über das Doppelspaltexperiment ja erklärt. Wir haben da zwei Phänomene, die es nur bei Wellen geben kann, aber nicht bei Teilchen. Das ist Beugung am Spalt und Interferenz zwischen den beiden auslaufenden Wellen aus zwei Spalten, also aus dem Doppelspalt. Also Beugung und Interferenz sollte es nicht ein Teilchen geben, gibt es aber doch. Und zwar, weil die Teilchen eben in der Quantenphysik, in der Welt des ganz Kleinen, diesen Wellencharakter haben. Und der Wellencharakter sagt auch, dass Ort und Impuls nicht gleichzeitig scharf gemessen werden können. Und genau das haben EPR bezweifelt. Gut, ja, wie mache ich das? Also was bedeutet der Wellencharakter jetzt erstmal im Blickwinkel der Quantenphysik? Ein Teilchenstrahl mit einer Geschwindigkeit v und einer Masse m, also jedes Teilchen hat die Masse m, wird durch eine Materiewelle beschrieben. Ich erkläre mal gleich, was das zum Beispiel für ein Experiment ist. Also wir haben hier einen Teilchenstrahl, das kann jetzt ein Lichtstrahl sein, die Teilchen sind dann Lichtteilchen, also Protonen, aber wir machen das mal mit Elektronen, weil die wenigstens eine richtige ordentliche Masse haben und so. Und die sind eher das, was wir als Teilchen empfinden. Wohl sehr, sehr klein, aber doch wenigstens Teilchen. Ja, hier ist es so, diese Teilchen werden beschrieben in der Quantenphysik durch ein, also dieser Teilchenstrahl, wird beschrieben durch eine Materiewelle und wir haben meistens eine Quelle von Teilchen, also eine Elektronenkanone. Man nennt es Kanone, ist nicht so kriegerisch, aber wie die aufgebaut ist, zeige ich gleich. Jedenfalls kommen da aus dem Loch, kommen die Elektronen raus und fliegen irgendwo hin. Und hinten ist meistens ein Schirm und da leuchten die auf. Also jedes Elektron gibt da einen kleinen Leuchtpunkt. Ja, und dazwischen wissen wir nicht, wo die Elektronen sind, ja, also weiß ich nicht, man kann ja nicht sehen und nichts, also die fliegen da so lang. Ich weiß also den Ort nicht, ich weiß aber typischerweise die kinetische Energie und ich weiß auch die Richtung, wo sie lang fliegen, also kenne ich den Impuls. Ja, und das bedeutet, wenn der Impuls scharf ist, also einigermaßen bekannt ist und der Impuls ist Masse mal die Geschwindigkeit, ja, Masse des Elektrons kenne ich oder eines einzelnen Elektrons, Geschwindigkeit kenne ich auch, wenn ich die Energiedateilchen kenne. Dann kenne ich den Impuls und dann kann ich dem Teilchenstrahl eine Wellenlänge zuordnen, Lambda hier genannt, und das ist die sogenannte De Broglie-Wellenlänge. Das ist die Wellenlänge der Materiewelle. Ja, das ist eigentlich schon eine Revolution. Wir haben einen Teilchenstrahl aus lauter Fußbällen und der hat jetzt plötzlich Beugung und Interferenzphänomene, also nicht in diesem Schal hier, aber im Doppelspaltexperiment, und ich muss ihm eine Wellenlänge zuordnen. Die kann ich ausrechnen, das hat De Broglie, so ein Forscher, rausgekriegt und die wurde nach ihm benannt, hier diese Formel, De Broglie-Wellenlänge. H ist diese Quantisierungs- oder Pixelungskonstante und die ist eben sehr klein, sehen wir noch minus 34, das heißt, diese Phänomene treten nur auf in der Welt des Allerkleinsten durch p, also den Impuls, Masse mal Geschwindigkeit. Und das bedeutet, je größer die Masse ist, umso kleiner ist die Wellenlänge. Das heißt, die Wellenphänomene verschwinden für Objekte, die ein bisschen größere Masse haben. Und größere Masse, das ist schon mal ein großes Molekül, das hat schon so eine große Masse, dass die Wellenlänge hier kleiner als alles Vernünftige wird und dann verschwinden die Phänomene. Gut, aber für kleine Teilchen mit geringer Masse und vielleicht auch nicht zu hoher Geschwindigkeit, da haben wir eine Wellenlänge und dann sieht das so aus hier und man kann sich das so vorstellen. Das ist eine Vorstellung hier, dieses Bild, die ein bisschen hilft, dass man sich überhaupt mal reindenkt. Also wir haben diese merkwürdige Materiewelle, also keine elektromagnetische Welle, keine Mikrowelle, keine Lichtwelle, sondern eine Materiewelle. Die Physiker und Physikerinnen sagen auch Wahrscheinlichkeitswelle. Da kann man sich genauso wenig darunter vorstellen. Es ist also eine Welle, die erstmal ein mathematisches Konstrukt ist und es hilft, wenn man sich dann doch vorstellt, dass die Elektronen da kleine Bällchen sind und die reiten auf der Welle. Ja, das ist ein anschauliches oder hilfreiches, aber doch falsches Bild. Teilchen reiten auf der Materiewelle. Aber es hilft erstmal, sich ein bisschen damit vertraut zu machen. Dieses Bild des Reitens von Teilchen auf der Materiewelle impliziert aber, dass es einmal Teilchen und einmal die Materiewelle gibt und dass das zwei verschiedene Dinge sind. Das ist aber nicht richtig. Die Teilchen sind in diesem Zustand aus der Kanone, der Quelle herauskommt bis zum Schirm, sind sie die Welle. Also das ist jetzt meine persönliche Interpretation, weil wir niemals gefunden haben, dass wir die Wahrscheinlichkeitswelle separat von den Teilchen nachweisen konnten. Nein, 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 die Teilchen sind die Welle. Das ist, glaube ich, die richtige Sache hier. Also besseres Bild ohne Ortsmessung sind die Teilchen die Welle. Aber trotzdem, man kann erstmal annehmen, wir haben kleine Elektronen, die reiten eben auf dieser Wahrscheinlichkeitswelle. Okay, das ist ein bisschen hilfreicher. Gut, ja, also so ist die Sache. Und jetzt haben wir eben diese Ortsunschärferelation. Und die können wir verstehen, wenn wir uns jetzt mal nur mit der Wahrscheinlichkeitswelle beschäftigen. Also das Teilchen ist eine Welle und die hat eine Wellenlänge. Und jetzt können wir über diesen Wellencharakter die Unschärferelation verstehen. Achso, mache ich gleich. Sorry, jetzt habe ich einen Schritt zu weit gewählt. Ich wollte die ganze Zeit noch eine Elektronenkanone erklären. Also wie mache ich denn jetzt so einen komischen Teilchenstrahl? Und mit Elektronen ist es besonders einfach. Ich kann es auch mit Atomen machen. Da brauche ich einen Ofen, wo so ein Atomstrahl, Atomstrahl, also ein Dampfstrahl rauskommt. Aber bei Elektronen ist es noch einfacher. Also hier, experimentielle Realisation einer Materiewelle mit bekannter De Broglie-Wellenlänge. Okay. Elektronenstrahl mit definierter kinetischer Energie. Energie, Masse, das ist die Masse der Elektronen. Das Elektronen hat eine genau bekannte Masse und Geschwindigkeit im Vakuum. Ja, wenn ich die Masse kenne, dann weiß ich eben auch die Geschwindigkeit, wenn ich die Energie bestimme. Na und das kann ich jetzt relativ einfach machen. Also muss alles im Vakuum sein, weil die Elektronen in Luft sowieso ständig mit Atomen der Luft oder Molekülen der Luft zusammenstoßen würden. Da geht es nicht. Also im Vakuum. So, und dann nehme ich eine Glühwendel. Wenn ich ein Stück Metalldraht dann Strom durchschicke, sodass das Ding anfängt zu glühen, dann kochen die Elektronen aus dem Metall heraus und bilden so eine Wolke um die Glühwendel herum. Die kommen da erstmal nicht weg, weil sonst würde sich die Glühwendel ja positiv aufladen und die Elektronen sind ja negativ geladen. Die bleiben also erstmal als Wolke um die Glühwendel herum. Ja, sonst würde eben die Anziehung, also ja. Gut, aber ich kann in die Nähe hier eine Ringblende bringen, also einfach eine Metallblende mit einem Loch in der Mitte und da lege ich eine positive Spannung an, sagen wir 1000 Volt plus. Und die Glühwendel, die ist eben auf Erdpotential ungefähr. Ja, dann habe ich ein elektrisches Feld zwischen der Glühwendel und der Lochblende und die Elektronen werden angezogen, was positive Spannung ist und fliegen auf die Lochblende zu. So, allerhand werden hier vielleicht an den Wänden der Lochblende einfach aufprallen, dann sind sie weg. Aber da ja ein Loch in der Mitte ist, fliegen einige einfach durch. Und dahinter, hinter der Lochblende, ist kein elektrisches Feld mehr. Das heißt, sie fliegen kräftefrei geradeaus weiter. Und die kinetische Energie kann ich sofort ausrechnen aus der Spannung, die ich hier angelegt habe. Das gibt mir ja, also das gibt mir einfach die Energie, die sie durch die Beschleunigung von der Glühwendel bis zu der Lochblende gewinnen. So, dann haben sie eine genau bestimmte kinetische Energie und eine kinetische Energie ist ein Halbmv-Quadrat, Masse ist bekannt, da kann ich die Geschwindigkeit ausrechnen und da kenne ich auch den Impuls. Ich kenne also von diesem Elektronenstrahl, der jetzt einfach immer weiter sich ausbreiten würde, bis er irgendwo hinten mal auf eine Wand trifft, da kenne ich den Impuls und damit auch die De Broglie-Wellenlänge. Das heißt, dieses Ding hier, dieser Elektronenstrahl, wird in der Quantenmechanik beschrieben durch eine Materiewelle mit einer Wellenlänge, die entspricht der De Broglie-Wellenlänge, die man aus dem Impuls, also Masse mal Geschwindigkeit der Elektronen ausrechnen kann. So, und die Intensität der Welle ist einfach die Intensität des Elektronenstrahls, so und so viel Elektronen pro Sekunde, je nachdem wie intensiv der Strahl ist. So kann ich das realisieren. Was hier unbekannt ist, ist der Ort der Elektronen. Ich weiß nicht, wo die sind, das kann ich ja nicht sehen. Also ich sehe die einzelnen Elektronen, ich weiß nur, da ist ein Elektronenstrahl, aber das weiß ich auch nur deswegen, weil der hinten irgendwo vielleicht auf dem Schirm prallt und der Schirm leuchtet, aber was dazwischen passiert, darüber weiß ich gar nichts. Ich weiß aber den Betrag des Impulses der Elektronen, aus der Energie. Und die Richtung des Impulses weiß ich auch ungefähr, ein Impuls ist ja immer eine Richtung auch, die Geschwindigkeit in ihre Richtung, aber nicht ganz genau, weil es hier, die sind ja nicht absolut parallel. Aber das sind Feinheiten. Ich kenne also den Impuls und damit die Wellenlänge und damit habe ich eine, wir nennen das in der Physik eine Ebenewelle, also weil es eben eine schöne Sinuswelle ist, eine solche Materiewelle präpariert. Und wenn man ein Bild, kann man sich vorstellen, dass auf dieser mathematischen Welle, der Wahrscheinlichkeitswelle oder Materiewelle, dass darauf die Elektronen reiten. Aber wie gesagt, das ist eigentlich falsch. Gut, also so kann ich das machen. Okay, und jetzt komme ich zu Ortsimpuls-Unschärfe-Relationen. Es gibt so eine Eigenart von Wellen und jetzt rede ich, das geht mit Lichtwellen genauso, also mit ganz normalen, oder auch mit Wasserwellen, aber ich rede jetzt über die Materiewelle, um die Ortsimpuls-Unschärfe-Relationen zu illustrieren. Also, nehmen wir mal an, wir haben das hier, das soll unendlich lang sein, ist eine Sinuswelle. Das entspricht zum Beispiel dem Laserlicht. Das Laserlicht ist also sehr schön, so eine Sinuswelle und ganz lang. Also die Wellenzüge sind nicht unendlich lang, weil irgendwann muss der Laser ja mal einschalten, aber ziemlich lang. Und wenn ich jetzt die Wellenlänge feststelle, hier ist Wellenlänge, dann ist das eigentlich mathematisch eine Delta-Funktion, super scharf. Ich kann also hier sagen, gut, die Wellenlänge, die ist eben hier meinetwegen 4 cm auf dem Bildschirm. Also in der Materiewelle sind es natürlich 5 cm, also viel kürzer. Aber ich weiß die Wellenlänge, weil es eben so eine schöne Sinuswelle ist. Ja, wenn ich jetzt aber meine Elektronenkanone nur mal kurz einschalte und wieder ausschalte, indem ich zum Beispiel diese positive Spannung an der Lochblende kurz ein- und ausschalte, dann schicke ich einen kurzen Puls los. Ja, und kurzer Puls, und das gilt genauso für Lichtpulse, das ist nur ein kurzer Wellenzug. Der geht an und wieder aus. Und wenn ich da die Wellenlänge versuche zu bestimmen, das kann man mit einer sogenannten Fourier-Transformation mathematisch machen. Ich habe also hier einen Wellenzug aus einigen Aufs und Abs und dann klingt er wieder ab. Meine Fourier-Transformation, da mache ich eine Analyse, welche Wellenlängen beteiligt sind. Und jetzt auf einmal ist die Wellenlänge nicht mehr scharf. Um diesen Wellenzug hier zu kreieren, so kann man sich das vorstellen, muss ich verschiedene Sinuswellen mit unterschiedlichen Wellenlängen addieren. Man kann nämlich jeden beliebigen Wellenzug, auch so einen ganz kurzen Puls unten links, kann man zusammensetzen aus lauter unendlich ausgedehnten Sinuswellen. Das geht mathematisch. Also ich kann also so einen kurzen Puls, also so einen kurzen Puls, einen Dichtpuls, kann ich addieren aus lauter unendlich ausgedehnten, hier von den Dingern Sinussen, aber ich muss die eben mit der richtigen Amplitude und mit unterschiedlicher Phasenlage addieren. Aber dann geht es. Und so kann ich also umgekehrt, wenn ich so einen Wellenzug habe, eine Analyse machen, welche Wellenlängen sind denn bezahligt und ich kriege ja jetzt eine breitere Verteilung. Das heißt, hier ist die Wellenlänge nicht mehr so genau definiert, sie wird breiter. Und das bedeutet auch, weil ja die Wellenlänge über die Drebrockli-Wellenlänge bei einer Materiewelle mit dem Impuls verknüpft ist, Wellenlänge für Materiewellen ist der Impuls der Teilchen, dass der Impuls dieser Teilchen jetzt nicht mehr so scharf ist, sie wird breiter. Und da haben wir sie schon, die Ortsimpuls-Unschärferelation, sie folgt aus allgemeinen Eigenschaften von Wellen. Wenn ich einen kurzen Wellenzug habe im Ortsraum, der also meinetwegen eine Länge von zwei Zentimetern hat beim Lichtpuls, dann bedeutet das, dass die Wellenlänge eine gewisse breitere Verteilung hat, nicht mehr super scharf ist. Und je enger das Ding im Ortsraum gibt, also es ist nur ein ganz kurzer Lichtpuls oder Materiewellenpuls, meinetwegen nur ein Nanometer lang, dann wird die Wellenlängenverteilung super breit. Und das hier, also das ist die Fourier-Transformation, die dahinter steckt, da muss man sich halt mit Wellen auseinandersetzen, aber so kann man verstehen, weil Fourier-Transformation an Lichtwellen ist klassische Physik, das ist jetzt keine Zauberei, das geht auch mit Radiowellen. Aber wir machen das hier mit Teilchenwellen, also Materiewellen, und da ist es eben was Besonderes. Und da bedeutet es, dass wir eine Unschärferelation für Teilchen bekommen, konkreter eigentlich Teilchenstrahlen, dass also ich nicht gleichzeitig den Impuls scharf machen kann, dann hätte ich dieses Ding hier, dann muss der Ort unscharf sein, ja, das folgt daraus, auch in der anderen Richtung. Oder ich mache eben den Ort scharf, ich weiß, das Teilchen ist hier, wenn ich also eine Ortsmessung mache, das Teilchen ist hier, ich weiß das jetzt, also zu diesem Zeitpunkt ist es hier. In dem Augenblick, wo ich diese Messung mache, wird schlagartig die Wellenlängenverteilung riesenbreit, weil es geht nicht anders, weil es muss ja so einen schmalen Ort haben, und ich habe da einen unscharfen Impuls. Also ich habe jetzt versucht, über den Wellencharakter der Teilchen, Schrödingers, war das, nee, Heisenbergs, Heisenbergs Ortsimpuls-Unschärferelation zu erklären, habe aber zurückgegriffen auf Dinge, die aus der normalen Wellenlehre, also zum Beispiel von Lichtwellen oder Radiowellen, bekannt sind. Okay, also, jedenfalls, diese Ortsimpuls-Unschärferelation an Teilchen hängt mit dem Wellencharakter der Teilchen zusammen. Und wenn jetzt EPR, Einstein, Podolski, Rosen, wenn die jetzt sagen, ja, das mit dieser Unschärferelation, das stimmt ja alles überhaupt nicht, das ist tatsächlich ja doch scharf, dann bezweifeln sie eigentlich gleichzeitig den Wellencharakter der Teilchen. Okay, aber das ist jetzt erstmal die Idee. Ja, und vielleicht noch, wenn ich jetzt eine Ortsmessung mache, ich habe also meinen Elektronenstrahl, der also, wo ich nicht weiß, wo das Elektron ist zwischen der Quelle und dem Aufprallpunkt, und ich mache eine Ortsmessung. Ich versuche herauszufinden, wo ist das Elektron denn jetzt? Dann mache ich eine Ortsmessung an einem einzelnen Elektron im Strahl. Dann überführe ich die Sinuswelle in ein Wellenpaket, also so einen ganz schmalen Spike, weil ich ja weiß, das Elektron ist jetzt hier. Und dann ist es eben nicht mehr durch eine lang ausgedehnte Welle beschrieben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen irgendwo ist, überall gleich ist, sondern die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden, ist zumindest im Augenblick der Messung für ganz kurze Zeit genau an dem Raumpunkt. Die Ortswelle ist scharf und der Impuls wird super breit. Je genauer der Ort bestimmt wird, umso kürzer wird der Wellenzug, dieser Materiewelle. In der Wellenlängenverteilung kommen immer kürzere Wellenlängen hinzu. Man kann sich das so vorstellen, dass um jetzt so eine schmale, also in der Ortsverteilung der Wahrscheinlichkeit, um da so einen schmalen Spike hinzubekommen, brauche ich eben für die Krümmung der Kurve in dieser Summbildung aus lauter Sinussen immer mehr Sinusse mit sehr kurzen Wellenlängen. Und das bedeutet, dass ich eine ganz breite Impulsverteilung bekomme. Das steht hier, habe ich auch versucht, anschaulich zu machen. Anschaulich, die kürzeren Wellenlängen, höhere Impulse, werden für die Krümmung der Materiewelle benötigt. Denn ich brauche ja hier die Krümmung. Hier geht es hoch und gleich wieder runter. Das muss also ganz stark gebogen werden, um so einen schmalen Ortsverteilung hinzukriegen. Gut, also, Wellenpaket eines Zeichens nach einer Ortsmessung sieht dann so aus. Es ist in diesem Augenblick hier. Und das Zeichen hat dann eine breite Impulsverteilung. So viel zur normalen Quantenphysik. Gilt sowohl für normale Lichtwellen ohne Quantenphysik, aber eben auch für Materiewellen. Ortsimpuls und Schärferelation. Jetzt brauchen wir noch was, um dieses EPR-Paradoxon zu verstehen. Sorry, dass das jetzt ein bisschen kompliziert ist. Aber wir bewegen uns. Dachte ja schon, diese verflixte Quantenteleportation ist eben relativ anspruchsvoll. Und was ich hier eigentlich mache, ist eine Einführung in die Grundlagen der Quantenphysik. Also jetzt kommt noch die Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Wir müssen jetzt noch herausfinden, was ist denn jetzt diese Wahrscheinlich- oder Materiewelle? Ich hatte gesagt, wir können uns das so vorstellen, dass auf dem mathematischen Konstrukt dieser Materiewelle reiten die Elektronen. Dann habe ich gesagt, gut, das ist nur eine Hilfsvorstellung. In der Realität ist es wohl eher so, dass die Teilchen wirklich diese ausgedehnten Wellen sind. Und was ist denn jetzt die Aussage der Quantenphysik, was diese Materiewelle ist? Und die Quantenphysiker und Physikerinnen, die können eigentlich nur sagen, was kann ich denn messen? Beschränken wir uns also nicht über eine Philosophische, reden wir jetzt nicht über eine philosophische Interpretation, was diese Materiewelle sein könnte, also was sie wirklich ist, sondern wir sagen, was sagt sie denn aus? Und das ist das, was man in der Quantenphysik immer macht. Man beschränkt sich darauf, Aussagen zu machen, was kann ich denn messen? Und diese Materiewelle, die hat eine Aussage, was das Messen angeht, nämlich die Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Also jetzt diese Frage hier, wie ich es gerade versucht habe, schon mal einführend zu erklären. Welche physikalische Realität hat die Materiewelle, die auch Wellenfunktion genannt wird? Die Intensität der Welle am jeweiligen Ort gibt die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an dem Ort zu finden. Beispiel Elektronenstrahl. Wahrscheinlichkeit ist überall gleich. Es ist eine ebene Welle, die also vom Quellpunkt bis zum Ende des Strahls am Schirm geht und ich weiß nicht, wo das Teilchen dazwischen ist. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zu finden, ist überall die gleiche auf dieser Distanz. Das heißt, und das ist ja eben die ebene Welle. Wenn ich die Intensität der Welle bestimme, dann ist die überall gleich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo ist dazwischen, die ist 1. Aber ansonsten finde ich überall eine winzige Wahrscheinlichkeit. Es könnte da sein, da sein, da sein oder da sein. Sie ist konstant über die Distanz. Wahrscheinlichkeit ist überall gleich, hoch das Teilchen, irgendwo zwischen Quelle und Schirm zu finden. Gut, wenn ich jetzt eine Ortswässerung mache, mit Genauigkeit Delta X, dann kriege ich als Wahrscheinlichkeitswelle plötzlich diesen Peak, diesen Spike in dem Ortsintervall Delta X. Das Teilchen ist unmittelbar nach der Messung, also ich habe es da gefunden, da ist es, in diesem Augenblick, später ist es dann wieder woanders, im Ortsintervall Delta X zu finden. Danach läuft das Wellenpaket wieder auseinander. Weil es ja so eine breite Impulsverteilung bekommen hat, geht jetzt das Teilchen sonst wohin? Ja, der Impuls ist ja nicht mehr vernünftig definiert nach dieser Ortsmessung. Aber im Augenblick der Ortsmessung weiß ich, es ist da. Also es ist nicht mehr überall gleich verteilt, sondern meine Materiewelle ist in diesem Augenblick eben so ein schmales Paket, ein Wellenpaket. Und das bedeutet Interpretation, dass das Teilchen für diese Zeitspanne jetzt genau da ist. Okay, das heißt, die Interpretation der Wahrscheinlichkeit der Materiewelle ist, ist es eine Wahrscheinlichkeitswelle, die mir angibt, in welcher Wahrscheinlichkeit ist ich das Teilchen, wenn ich den Ort messe, da finde oder da finde oder da finde. Es ist also eine Wahrscheinlichkeitsaussage, wo das Teilchen sein könnte. Okay, gut. Ja, habe ich das jetzt alles erklärt? Gut, das war das mit dem Intervall. Achtung! Jetzt gibt es noch etwas, was zu beachten ist. Es ist nicht die physikalische Wechselwirkung in der Messung, also es ist nicht so, dass ich das Teilchen, wenn ich den Ort versuche zu bestimmen, dass ich das anhalte oder stoppe und jetzt ist es da, sondern ich will wissen, wenn es vorbei fliegt, wo ist es denn? Das geht jetzt mit Elektronen im Prinzip auch, mit bestimmten, ja, also ziemlich schwierigen Experimenten, aber zum Beispiel mit größeren Molekülen kann ich das machen, die kann ich also zum Glühen bringen, dann leuchten die im Prinzip im Infrarot oder kann ich es einfach sehen? Das ist eine Ortsmessung. Und dann müssen sie beschrieben werden durch ein Wellenpaket und nicht mehr durch eine ebene Welle. und dann ist, aber es ist nicht die Wechsel, also wenn sie glühen, bewegen sie sich ja trotzdem genauso, also es macht ja nichts an der eigentlichen Bewegung eines größeren Moleküls oder Nanopartikels, ob es nur heiß ist oder nicht heiß ist, wenn es irgendwo lang fliegt. Und das bedeutet, es ist nicht die physikalische Wechselwirkung in der Messung, die den Zustand verändert. Es ist der Informationstransfer zur Umgebung. Natürlich bedeutet die Messung immer, also die Messung, wo ist es denn, bedeutet immer irgendwie eine Wechselwirkung mit dem Zeichen. Also zum Beispiel ein glühendes Nanopartikel muss eben Infrarotphotonen aussehen. Da haben wir eine Wechselwirkung zwischen der Umgebung und dem Zeichen. Aber wir haben, oder die Physik hat unzählige Experimente gemacht mit immer sanfteren Methoden, so eine Ortsmessung oder auch eine Impulsmessung oder eine Spinnenmessung oder irgendeine Messung durchzuführen und versucht, dass die Messung das System nicht stört. Und trotzdem ist immer schlagartig diese Zustandsänderung da von einer zum Beispiel ausgedehnten Ebenenwelle, die kollabiert in der Ortsmessung zu so einem schmalen Spike, das Teilchen ist da. Das ist übrigens gerade der Begriff Kollaps. Wir haben also beim Elektronenstrahl, wir haben in Ordnig Wissen, diese Beschreibung durch die unendlich, also von der Quelle bis zum Ende, ausgedehnte Wellenfunktion. Wenn ich den Ort messe, schnurrt sich schlagartig zusammen zu diesem schmalen Spike, der dann das Elektron beschreibt, von dem ich den Ort weiß. Das ist der Kollaps der Wellenfunktion. Und der wird nicht ausgelöst durch irgendwelche Kräfte in der Messung, im Messprozess, sondern durch den Informationsübertrag. Und da haben wir sie schon. Wir haben die Information, die in der unbelebten Natur offensichtlich so eine wichtige Rolle spielt. Okay, also so viel hier zur Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Und jetzt kommen wir zu dieser Fundamentalkritik von Albert Einstein, Boris Podolski und Nathan Rosen. Deswegen EPR von Rosen. EPR-Paradoxon. Sie meinten, sie hätten ein Gedankenexperiment ersonnen, mit dem sie zeigen können, dass ein Teilchen doch gleichzeitig einen scharfen Impuls und einen scharfen Ort haben kann. Und damit würde die ganze Quantentheorie zum Einsturz gebracht. Denn die Unschärferelation basiert auf dem Wellencharakter der Teilchen. Und sie können nicht gleichzeitig einen scharfen Ort und einen scharfen Impuls haben. Wenn das aber doch geht, dann ist der ganze Ansatz falsch oder jedenfalls die Quantenphysik unvollständig. Ja, also, ich lese das mal vorher. Das Konstrukt der Wahrscheinlichkeitswelle oder Materiewelle mit Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Also das ist ja diese Welle, ein mathematisches Konstrukt, was die Ergebnisse von allen möglichen Experimenten absolut korrekt vorhersagt. Diese Welle wird interpretiert, als Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an einem bestimmten Ort zu finden. Ich nenne es Materiewelle, aber man kann es auch Wahrscheinlichkeitswelle nennen. Ist nur notwendig, sagt jetzt EPR, weil wir nicht genug über das System wissen. Das heißt, die Teilchen sind tatsächlich an einem scharfen Ort mit einem scharfen Impuls. Wir wissen es bloß nicht. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ist unsere Unkenntnis, ein Ausdruck unserer Unkenntnis über das System. In Wahrheit gibt es Teilchen mit einem definierten Ort und einem definierten Impuls, die wir nur nicht kennen, diese beiden Parameter. Und das nennt man Hidden Parameters oder verborgene Parameter. Um es gleich mal vorwegzunehmen, wir wissen heute, dass die Theorie der verborgenen Parameter falsch ist. Es gibt diese verborgenen Parameter nicht. Aber ich werde jetzt, ich glaube, im übernächsten Video werde ich den Beweis führen. Das hat nämlich jemand gezeigt. Man kann beweisen, es gibt die verborgenen Parameter nicht. Und das ist schon eine tolle Sache. Aber das war der Ansatz von EPR. Die wollten halt sagen, nee, das ist alles Mist. Wir wissen bloß nicht genug über das System. Wenn wir alles wissen würden, dann wären die auch wieder scharf, die Teilchen. Es sind zwei Probleme, die diese drei Forscher mit der neu entwickelten Quantenmechanik hatten. Nämlich erstens, was ist die physikalische Realität? Sind es tatsächlich Wellen, diese Teilchen? Oder beschreibt diese Materiewelle nur unsere Unkenntnis über das System? Ja, könnte man ja sagen. Man kann ja auch beim Würfeln, wenn man mit einem Knobelbecher würfelt, dann würde man auch sagen, ich weiß ja nicht, was rauskommt. Ich kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich mit sechs Würfeln sechs mal die Eins würfle. Man muss ganz oft würfeln, damit mal sechs mal die Eins kommt. Ich kann dann Wahrscheinlichkeiten angeben. Aber da ist ja die Idee in unserer klassischen Umgebung, dass ich einfach nicht genug über die Würfel weiß und diese vielen chaotischen Bewegungen, wenn ich den Würfelbecher schüttle, weiß ich nicht genug. Aber an sich, wenn man alles wissen würde, dann könnte man das auch vorhersagen. So jedenfalls die Idee. Nur hier ist es so, dass die Quantenphysik sagt, ich kann es grundsätzlich nicht wissen. Die Teilchen sind wirklich verschwommen. Ja, und das hat EPR eben bezweifelt. Das ist also die Frage der physikalischen Realität. Was ist denn nun? Sind das wirklich Wellen oder ist das alles Quatsch und wir wissen bloß nicht genug darüber? Die zweite Frage, und das war das, was Einstein viel mehr bewegte als die Frage nach der physikalischen Realität, ist es diese nichtlokalen Phänomene. Und da sind wir bei der Quantenteleportation angekommen. Zeitlose Kopplung ohne eine physikalische Wechselwirkung. Zwei Raumpunkte. Da passiert was an dem einen Punkt. Gleichzeitig, gleichzeitig, ohne Zeitversatz. An dem anderen Punkt, obwohl es keine Kopplung dazwischen gibt. Das nennt man nicht lokal. Und das ist nach Einstein, bis zu seinem Tod, habe ich gelesen, hat er das nicht geglaubt. Ja, aber darum geht ja mein ganzes Buch, oder die Hälfte von dem Buch. Die andere Hälfte um die Maßschneiderung des Universums. Es gibt diese zeitlose Kopplung, die nicht zu verstehen ist. Einstein hat sie bezweifelt, aber im Experiment wurde sie jetzt unzählige Male überprüft. Ja, und darum geht es hier im EPR-Paradoxon oder Experiment. Gibt es nicht lokale Phänomene? Gibt es die spukhafte Fernwirkung, so nannte es Einstein, ohne physikalischen Träger? Also die beiden Teilchen, es geht immer um zwei Teilchen, die in einem verschränkten Zustand sind, sind weit voneinander entfernt, sind aber trotzdem gekoppelt. Und es gibt keinen physikalischen Träger für diese Kopplung. Und er sagte, das geht nicht. Hier passiert irgendwas, weil wir nicht genug wissen über das System und hat den ganzen Apparat der Quantenphysik, also diesen Ansatz, bezweifelt, zusammen mit den anderen beiden Forschern. Ja, hier ist übrigens die Seite angegeben, fand ich eine sehr gute Seite. Also nicht das EPR-Paradoxon im Deutschen, da stand jetzt nicht so fürchterlich viel, aber auf der englischen Seite fand ich den Text sehr, sehr gut. Hier ist der Link angegeben. Also zwei Probleme. Was ist die physikalische Realität dieser Teilchen? Haben Sie nun einen scharfen Impuls und gleichzeitig einen scharfen Ort oder nicht? Und zweitens gibt es die spukhafte Fernwirkung. So kann man das Ganze so ein bisschen sortieren. Und hier ist die Originalpublikation von den drei Forschern. Die ist in Physical Review, das ist also so eine Fachzeitschrift, ziemlich fundamental, also eine der wichtigsten Zeitungen in der Physik. Und die ist erschienen, oben links, ein bisschen schlecht zu sehen, 1935. Da kam diese Publikation raus. Can quantum mechanical description of physical reality, physikalische Realität, be considered complete? Also ist die Beschreibung durch die Quantenphysik komplett? Oder ist es so, wir haben zwar diese unscharfen Wahrscheinlichkeitswellen, aber tatsächlich sind die Teilchen scharf? Wir wissen es bloß nicht. Das ist mit incomplete, also nicht komplett gemeint. Und ich will mal, also hier sind diese drei Forscher, die arbeiteten alle damals in Princeton in den USA, New Jersey. Also sie haben hier ganz vorsichtig, sehr fundamental die Logik aufgebaut, um dann im weiteren Verlauf des Papers, das ist viel länger, das ist ja nur der Anfang hier, eben so ein Gedankenexperiment aufzubauen, wo sie meinen, sie können beweisen, dass in einem ganz bestimmten Experiment ein Teilchen gleichzeitig scharfen Impuls und scharfen Ort hat. Und das Experiment, das Gedankenexperiment, will ich jetzt mal kurz beschreiben. Also hier geht es darum, diese Ortsimpuls-Unschärferelation auszuhebeln, aber tatsächlich geht es um die Frage, was ist die wahre Natur der Teilchen und gibt es die spukhafte Fernwirkung? Ja, also das ist das Gedankenexperiment. Ich habe das ein bisschen vereinfacht dargestellt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das mit dem Paper übereinstimmt. Das ist jetzt meine Interpretation hier GG. So, und zwar folgendes, wir machen eine Paarerzeugung an einem Ort in der Mitte. Paarerzeugung heißt, aus einem dicken Photon kann ich unter bestimmten Bedingungen ein Elektron-Positon-Paar erzeugen. Da kommen also zwei Teilchen raus. Und es gelten die großen Erhaltungssätze, Impulserhaltung, Energieerhaltung. Ja, und die fliegen jetzt also mit einer bestimmten Energie, die kenne ich, die Gesamtenergie, die die Teilchen haben, die fliegen die auseinander. Das heißt, ich weiß, die Gesamtenergie des Systems und sie fliegen aufgrund der Impulserhaltung genau senkrecht auseinander, weil die Summe des Impulses muss bis auf die Bedingungen aber ungefähr null sein. Das heißt, sie fliegen genau Impuls eine Richtung, Impuls andere Richtung. Das ist genau entgegengesetzt. Die Summe ist null. Und das gilt auch für die Energie. Nein, es gilt nicht für die Energie. Also für den Impuls gilt das. Und die Energie verteilt sich halbe-halbe dann logischerweise auf die beiden Teilchen. Das eine Teilchen, also ein Elektron, das andere ein Positron, fliegen genau auseinander. Am Quellpunkt waren sie kurz gekoppelt, als sie entstanden sind. So, das Teilchen A und das Teilchen B hier ist diese Paarerzeugung. So, und bevor ich jetzt eine Messung an einem der beiden Teilchen durchführe, vor der Messung, müssen in der Quantenphysik die zwei Teil, haben wir vor der Messung, zwei Teilstrahlen von Teilchen mit definiertem Impuls und unbekannten Ort. Genauso wie bei meiner Elektronenquelle. Weiß ich den Ort nicht. Das Teilchen kann irgendwo sein. Also der Impuls ist aber bekannt, weil ich ja die Energie, die Gesamtenergie im Prozess kenne und die muss ich genau halbe-halbe wegen der Impulserhaltung auf die beiden Teilchen verteilen. So, okay, soweit. So ein Experiment kann man machen. So, die Teilchenpaare, ein Teilchenpaar ist verschränkt. Also die beiden Teilchen sind miteinander verschränkt, da über die Erhaltungssätze gekoppelt. Also sie sind in einem gemeinsamen quantenmechanischen Zustand. Wechsel wirken aber nicht mehr nach der Trennung. Und das ist der entscheidende Punkt. Nach Einstein wechselwirken sie nicht mehr nach der Trennung. Sie fliegen auseinander, meinetwegen auch sogar mit Lichtgeschwindigkeit, wenn man das mit Photonen macht. Und da können sie nicht mehr miteinander wechselwirken. Es geht nicht. Sie sind auseinander. Es gibt keine physikalische Kopplung zwischen den beiden Teilchen. Ja, also sie sind aber verschränkt. Und jetzt machen EPR folgendes Gedankenexperiment. Ich mache eine Ortsmessung am Teilchen a und das ergibt den Ort, da wo das a steht, xa. Also meinetwegen ein Meter Entfernung. Dann kann ich ausrechnen, ausrechnen, dass das Teilchen b genau bei minus einem Meter, also hier bei einem Meter Abstand in der anderen Richtung vom Quellpunkt sein muss. Aufgrund der großen Erhaltungssätze. Also Impulserhaltung. Man muss ja die gleiche Geschwindigkeit haben. Ich messe also am Teilchen a den Ort und kann ausrechnen, das Teilchen b muss genau am gleichen Ort auf der anderen Seite sein. Es muss so sein, wegen der Erhaltungssätze. Jetzt mache ich den zweiten Schritt. Impulsmessung. Also erstortig, jetzt messe ich den Impuls, auch wieder am Teilchen a, ergibt den Impuls p a. Jetzt habe ich den Impuls gemessen. Folglich muss b den Impuls minus p a haben. Also den Betrag des Impulses weiß ich auch ungefähr, weil ich die Energie kenne, aber die Richtung ist also typischerweise laufender Kugelwellen aus. Also die Materiewellen sind so Kugeln. Deswegen muss ich den Impuls wirklich messen. Zeichne ich es hier. So, und das ist der Impuls. Und in dem Augenblick, wo ich das an a messe, weiß ich, dass b auch diesen Impuls haben muss. Es muss diesen Impuls haben. Und die Idee ist jetzt also, dass ich zwei Messungen, einmal Ort, einer Impuls, am Teilchen a mache. Und das kann ich also zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Teilchen machen. Also so die Idee, ja. Und kann jedes Mal ausrechnen, dass b auch einen scharfen, also genau den entgegengesetzten Impuls und den entgegengesetzten Ort haben muss. Das ist die Logik dahinter, ja. Und die beiden Teilchen wechselwirken aber nicht miteinander. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Die Teilchen wechselwirken nicht miteinander. Und trotzdem konnte ich durch die beiden unterschiedlichen Messungen an a jeweils ausrechnen, welcher Ort und welcher Impuls für b sein muss. Ich konnte ausrechnen, welcher Ort für b sein und Impuls sein musste. Also b musste dann rein rechnerisch einen scharfen Ort und einen scharfen Impuls haben in diesem Gedankenexperiment. Dritter Schritt, also Schlussfolgerung aus dieser Annahme, dass sie nicht wechselwirken, die Teilchen. Ohne Fernwirkung, ja. Teilchen b muss also auch ohne Messung scharfen Ort und Impuls haben. Ja, weiß es ja keiner. Es weiß ja nicht, Teilchen b weiß ja nicht, ob ich an a eine Orts- oder eine Impulsmessung mache. Und trotzdem hat es ja nach einer Ortsmessung einen scharfen Ort oder nach einer Impulsmessung einen scharfen Impuls. Und da b das aber nicht wissen kann, weil es ja keine Wechselwirkung gibt, muss es auch ohne, dass ich es messe, einen scharfen Ort und einen scharfen Impuls haben. Das ist eigentlich ein Ansatz der klassischen Physik, ohne Wellencharakter und ohne diese spukhafte Fernwirkung. Da kommt das raus. Ja, es ist eigentlich klar, wenn ich also von vornherein sage, es gibt keine spukhafte Fernwirkung, das ist der Kollaps der Wellenfunktion, es gibt diese ausgedehnten Wellenfunktionen nicht und so weiter, dann kommt natürlich in so einem Gedankenexperiment raus, dass die Teilchen gleichzeitig scharfen Impuls und scharfen Ort haben müssen. So jedenfalls, wie wir es heute denken würden. Und damals waren das eben Streitfragen. Also ein Gedankenexperiment, was die Orts-Unschärfe-Relation aushebelt und behauptet, die Orts-Unschärfe-Relation mag ja richtig sein, beschreibt aber nur das Unwissen über das System, unser Unwissen. Also jetzt habe ich versucht, das darzulegen. Ich habe es aber hier in dem Text nochmal beschrieben. Und der ist von Wikipedia auf der englischen Seite und ich habe da Teile übersetzt und lese sie jetzt mal vor. Nochmal dasselbe, weil es eben so wichtig ist. Durch Berechnung kann daher bei bekannter, genauer Position von Partikel A, die genaue Position von Partikel B, bekannt sein. Ausgerechnet Ortsmessung. Alternativ kann der exakte Impuls von Teilchen A gemessen werden, sodass der exakte Impuls von Teilchen B berechnet werden kann. Also alternativ. EPR argumentierten, also die drei Autoren, sie hätten bewiesen, dass Teilchen B gleichzeitig exakte Positions- und Impulswerte haben kann, weil es ja nicht wissen kann, was sich da am anderen Ende messen. EPR schienen ein Mittel gefunden zu haben, um die genauen Werte entweder des Impulses oder der Position von B aufgrund von Messungen an Teilchen A zu ermitteln, ohne die Möglichkeit, dass Teilchen B physikalisch gestört wird. Und dann Schlussfolgern sie daraus, Zitat, wir müssen daher zu dem Schluss kommen, dass die quantenmechanische Beschreibung der physikalischen Realität durch Wellenfunktionen nicht vollständig ist. Sie meinen bewiesen zu haben, dass das Teilchen B gleichzeitig scharfen Impuls und scharfen Ort haben muss, weil sie dieses Gedankenexperiment so konstruiert haben und daraus Schlussfolgern sie, dass vielleicht diese Wellenfunktionen eine interessante mathematische Beschreibung sind, aber inkomplett, also nicht komplett ist, wir wissen nicht genug und tatsächlich haben die Teilchen in der physikalischen Realität einen scharfen Impuls und einen scharfen Ort, sind also kleine Bällchen, habe ich jetzt selber ergänzt. und das scheint aus diesem Gedankenexperiment heraus zu Schlussfolgerungen. Ich möchte aber nochmal Albert Einstein verteidigen. Er meinte, genau diese Aussage über die physikalische Realität und dass die Quantenmechanik nicht komplett ist, also verborgene Parameter existieren, die hatte er nicht als so wichtig angesehen. Er fand die Existenz der spukhaften Fernwirkungen so unvorstellbar, dass er sie sein ganzes Leben lang abgelehnt hat und die brauchen wir jetzt nämlich, wenn wir zum richtigen Ergebnis kommen. Aber ich lese erstmal weiter vor, hier was Einstein dachte. Für Einstein war der entscheidende Teil des Arguments der Nachweis der Nicht-Lokalität, spukhafte Fernwirkung, dass die Wahl der Messung in Teilchen A entweder Ort oder Impuls zu zwei verschiedenen Quantenzuständen von Teilchen B führen würde. Das ist eben genau die Interpretation der korrekten Quantenphysik. Wir messen an A etwas, sie sind verschränkt und dann ändert sich der Quantenzustand in B durch die spukhafte Fernwirkung. Und das hat Einstein bezweifelt. Er argumentierte, dass aufgrund der Lokalität der reale Zustand von Teilchen B nicht davon abhängen kann, welche Art von Messung in A durchgeführt wurde. Er hat also die Quantenteleportation bezweifelt oder abgelehnt. Die Quantenzustände stehen daher nicht in einer 1 zu 1 Übereinstellung mit den realen Zuständen. Also diese Wellen-Funktionsgeschichte, das hat er bezweifelt. Also ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klar geworden, was es mit diesem EPR-Gedankenexperiment auf sich hat und dass es um zwei Fragestellungen geht, nämlich die wahre Natur der Teilchen und um die Existenz der spukhaften Fernwirkung. Und die spukhafte Fernwirkung brauchen wir aber, wenn wir den Formalismus der Quantenphysik auf diese Materiewellen wirklich anwenden wollen. Denn sonst funktioniert es nicht. Also sonst können wir eben dieses Gedankenexperiment hier, was inzwischen in der Realität durchgeführt wurde, das können wir nicht wirklich verstehen. Wir brauchen die spukhafte Fernwirkung. Ja, also jetzt der Vergleich zwischen der EPR-Logik und der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik. Das ist die Hauptinterpretation, die sich heute in vielen Plätzen durchgesetzt hat und nach der wir auch die Vorlesungen machen in der Physik der Quantenmechanik. Ja, also zunächst mal die EPR-Logik für dieses Gedankenexperiment hier. Es geht um die Aushebelung der Ortsimpuls-Unschärferelation. Er widerspricht dem Wellencharakter der Teilchen, weil Ortsimpuls-Unschärferelation kann man verstehen über Fourier-Transformation von Wellen. Und wenn man aber, aber wenn man die Ortsimpuls-Unschärferelation bezweifelt, bezweifelt man eigentlich auch den Wellencharakter der Teilchen und damit das Doppelspalte-Experiment. Scharfer Ort und Impuls haben physikalische Realität, also Bällchen, und es gibt keine spukhafte Fernwirkung. Das ist das, was ich zumindest meine aus dem Gedankenexperiment von den drei Forschern herausdestilliert zu haben. Die tatsächliche Interpretation heute, die sich so durchgesetzt hat, die Kopenhagener Interpretation, ist wie folgt. Beide Teilchen befinden sich in einem verschränkten gemeinsamen Zustand. Der Zustand ist eine auslaufende Zwei-Teilchen-Kugelwelle, die vom Quellpunkt, also da, wo das Teilchenpaar entsteht, in alle möglichen Richtungen auseinanderläuft. Jetzt kann ich wieder Blenden einsetzen, dass ich also nur zwei, also nur zwei, also in der Experimentrichtung das anschaue, aber es ist eigentlich eine auslaufende Kugelwelle. Ohne Messung sind Orte und Impulse undefiniert. Ich kenne jetzt zwar den Betrag des Impulses, weil ich die Energie im System kenne und damit kenne ich also ein halb mv Quadrat ist ja die Energie, dann kenne ich also den Betrag der Geschwindigkeit und damit des Impulses, aber nicht die Richtung. Es sind Kugelwellen, die auslaufen, also Impuls ist unbestimmt und der Ort ist sowieso unbestimmt. Also ohne Messung. Die Ortsmessung an a, Kollaps der gesamten Wellenfunktionen. Orte a und b werden gleichzeitig scharf. Müssen sie auch sein wegen der Impulserhaltung. Sobald ich den Ort von a scharf kenne, muss b genau am gegenüberliegenden Ort sich befinden. Impuls a, das ist ja die großen Erhaltungssätze. Das heißt, sie werden beide gleichzeitig scharf. Kollaps der Wellenfunktion. Die große Kugelwelle für dieses Teilchen war kollabiert zu zwei scharfen Spikes, Teilchen a da, Teilchen b dort. Und zwar, wenn ich die Messung an a durchführe, auch für das Teilchen b. Und das ist die spukhafte Fernwirkung. Das Teilchen b schnurrt zusammen von einem diffusen, ausgedehnten Zustand, der möglicherweise wirklich das Teilchen ist. Das Teilchen ist wirklich die Welle, schnurrt zusammen, ohne dass ich an dem Teilchen, sondern nur an dem anderen Teilchen was mache, auf einen schmalen Ort. Impulsmessung an a, beide Impulse werden scharf. Also das Gleiche mit dem Impuls. Und das bedeutet, es gibt eine spukhafte Fernwirkung. Ja, so ist es. Ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen klar gemacht. Das war es jetzt eigentlich schon in diesem Video hier. Ich habe versucht, den Gedankengang von Einstein, Rosen und Podolski zu erklären. Sie haben also versucht, die Vorstellung der klassischen Physik zu retten. Ja, also weg von diesen komischen Materiewellen, die nur unsere Unkenntnis eines Systems beschreiben, haben sich sozusagen geflüchtet in die Existenz verborgener Parameter, die wir bloß nicht kennen. Und bei Einstein war es aber vor allen Dingen die Negierung, Ablehnung dieser spukhaften Fernwirkung. Aber genau die spukhafte Fernwirkung ist eben das, was wir heute so sehr bestätigt haben in vielerlei Hinsicht. Die gibt es wirklich. Und wir haben keine Erklärung dafür. Also, Kenntnisstand heute und das ist die Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik. Ein scharfer Ort und Impuls haben vor einer Messung keine physikalische Realität. Es gibt keine verborgenen Parametern. Teilchen sind ohne Messung nicht Teilchen. Sie sind verschwommen. Sie sind unscharf verteilt über den Raum, gleichzeitig an vielen Plätzen. Sie sind Wellen. Das mathematische Konstrukt der Materiewelle kommt der unbekannten wahren Natur der Teilchen am nächsten. Quantenphysik arbeitet ja sehr viel mit Mathematik und da geht es um diese Materiewellen, also Wellenfunktionen. Und die Wellenfunktion ist eben so etwas Ausgedehntes, was alle möglichen merkwürdigen Sachen macht, wie zum Beispiel ein Kollaps der Wellenfunktion. Und diese Wellenfunktion scheint aber der wahren Natur dieser Teilchen am nahesten zu kommen. Obwohl wir, ja, die können noch wirklich noch mal was ganz anderes sein. Aber dieses mathematische Konstrukt kommt der wahren Natur schon mal ein bisschen näher. Das ist meine Interpretation hier. Eine Messung, irgendeine Messung ist die Ermittlung einer Information. Also ich messe nicht, indem ich da mit dem Hammer drauf haue oder das Ding auf dem Schirm prallen lasse und dann ist da aufgeprallt, sondern ich versuche es so zu messen, dass ich es nicht störe. Ist die Ermittlung einer Information. Sie kann im Prinzip ohne physikalisch messbaren Einfluss auf das Teilchen erfolgen. Also möglichst sanft. also irgendeine Kopplung muss geben, sonst kann ich es nicht messen, aber die Kopplung kann so schwach sein, dass sie die Bewegung des Teilchens beispielsweise oder den Ort nicht beeinflusst. Und die Information über das Teilchen übermittelt an die Umgebung, verändert den Zustand des Teilchens schlagartig, schnurrt also von einer ausgedehnten ebenen Welle auf ein schmales Wellenpaket bei einer Ortswässung zusammen. Kollaps. Und das geschieht zeitlos, wie wir heute wissen. Es vergeht keine Zeit. Bei zwei verschränkten Teilchen wird auch der Teilzustand des anderen Teilchens verändert, schnurrt also auch zu einem Ort zusammen. Kollaps der Wellenfunktion. Das heißt, es gibt die spukhafte Fernwirkung und dazu noch eine Bemerkung. Der Kollaps der Wellenfunktion ist zeitlos. Insbesondere bei der Quantenteleportation wurde das gemessen. Und zwar ist es mindestens die tausendfache Lichtgeschwindigkeit, also eigentlich zeitlos. Es werden aber, und das ist noch wichtig, also das widerspricht nicht der Relativitätstheorie, die ja sagt, es kann nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit passieren. Es werden aber weder Energie noch Masse noch Information von A nach B übertragen. Also man muss da ein bisschen länger nachdenken. Es ist mit dieser Art der Kopplung zwischen zwei verschränkten Teilchen und ich messe an dem einen was und das andere ändert seinen Zustand. Mit dieser Art der Kopplung kann ich keine Information und schon gar nicht Energie oder Masse oder irgendwas übertragen. Da muss man ein bisschen länger nachdenken, warum das nicht geht. Wäre das möglich, dann wäre es eine zeitlose Übertragung von Informationen und widerspricht der allgemeinen Relativitätstheorie und damit auch der Kausalität. Es wäre dann denkbar, dass Ursache und Wirkung in unserem Raum Zeitgefüge vertauscht werden und das geht ja gar nicht. Also das widerspricht dem absolut fundamentalen Naturgesetz der Kausalität. Also es gibt keinen Informationsübertrag mit dieser merkwürdigen spukhaften Fernwirkung. Ja, das war es also zu diesem Gedankenexperiment von Einstein, Podolski und Rosen, die also meinen, mit diesem, es war eigentlich schon so ein Experiment der Kopplung von zwei verschränkten Teilchen. Die meinten also die Heisenbergische Ortsimpuls und Schärferelation auszuhebeln und Einstein sich eben speziell gegen die spukhafte Fernwirkung da ausgesprochen hat, aber das ist heute eben bewiesen, es ist genau so, wie es die Quantenphysik nach der Kopenhagener Interpretation vorhersagt. Und es gibt eine Variante desselben Gedankenexperiments damals, 1950 ungefähr, auch noch als Experiment heute habe in der Realität durchgeführt worden, das ist Bohms Variante des EPR-Experiments und das ist der Ausgangspunkt für den endgültigen Beweis der Existenz der spukhaften Fernwirkung. Und ich habe hier, ich glaube, das ist auch in meinem Buch drin, ich habe hier so eine kleine Skizze gemalt, eines zweidimensionalen Lebewesens, was nur in der Ebene lebt und bemerkt, dass zwei entfernte Punkte in seiner Ebene, die sind irgendwie gekoppelt und es versteht gar nicht, wie diese Kopplung zustande kommt, aber hier, wir sehen natürlich als dreidimensionale Lebewesen, dass die Kopplung über die dritte Dimension, also eine höhere Raumdimension funktioniert. Und ich hatte dann spekuliert, ob nicht dieses unbekannte, unerklärliche Phänomen, dieser spukhaften Fernwirkung, ob das nicht genau ein Zeichen dafür ist, dass unsere Kenntnis über das 3 plus 1, also drei Raumdimensionen plus eine Zeitdimension, dieses vierdimensionale Raumzeitgefüge, dass diese Kenntnis eben tatsächlich nicht komplett ist, denn sonst müssen wir eigentlich in der Lage sein, das zu verstehen. Wir verstehen es aber einfach nicht. Wir können es berechnen, die Mathematik hat keine Probleme damit, aber wir verstehen diese Art der Experimente, die ich mal unter dem Oberbegriff Quantenteleportation hier zusammengefasst habe, also man teleportiert einen Quantenzustand, ich messe an A den Ort und die Wellenfunktion für A schnurrt zusammen und für das verschränkte Teilchen B geschieht dasselbe, ohne dass eine Kopplung da ist an einem ganz anderen Ort, ohne dass eine physikalische Wechselwirkung da ist. Die Kopplung ist natürlich über den quantenmechanischen verschränkten Zustand da. Das ist die Quantenteleportation hier. Eigentlich Quantenteleportation hat noch eine konkretere Bedeutung in der Quantenkryptographie, aber das wird dann zu kompliziert. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser Art Experimente, wie sie anfangs von Einstein, Rosen und Podolski vorgeschlagen worden sind. Also, das wäre meine spekulative Interpretation, warum wir das partout nicht rauskriegen, warum es eine solche merkwürdige, spukhafte Fernwirkung gibt. Also jetzt habe ich versucht, diesen quantenmechanischen Überbau so ein bisschen zu erläutern an den Überlegungen von Einstein, Rosen und Podolski. Und das nächste Mal kommt noch mal was ähnliches, aber ein bisschen anderer experimenteller Aufbau, nämlich Booms Variante. Und auf Booms Variante basiert dann der Beweis, dass es tatsächlich diese spukhafte Fernwirkung geben muss. Ja, das war es also. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal und hier nochmal mein Hinweis. Ich habe eine neue Homepage, habe ich neu programmiert, sieht glaube ich jetzt viel schicker aus, sind nicht mehr die blauen Kacheln, die haben ja eigentlich gut gefallen, aber dafür ist jetzt mehr Information unter www.ganteför.ch Vielen Dank und Tschüss.